Es ist ein bisschen blitzkalt, es hat 12 Fahrenheit. Es ist etwa minus 5 Grad, minus 7 Grad. Dann hört man, wie es brummt. Dann geht die Pille in die Karte. Also, hier geht es über 30. Die Karte ist ein bisschen zu langen, aber nur noch nicht. Es ist nicht schlecht, es wäre es so schön. Also, jetzt geht es raus. Oh, there's some violets. Oh, there's the second road to the Kirsch. It's quite a long way. Here we go. The world's a largest crowd. Oh, here we go. Oh, there's a shit. Oh, there's a shit. Let's go. Welcome to America. Look at this, I'm going to tell you. I'm going to buy a Klump. I'm going to have a bad seat. I'm going to buy a seat. I'm going to post it. I'm going to post it. There's a little box here. Come here. All possible, here you can find everything. The Superbehör. Code-Schutz. The Chrome-Plunder. Hier kann man noch ein bisschen gamen gehen. Noch mehr Chrom. Ein paar Guggen. Was ist denn das? Chrom-verchromte Kleber. Hier ist noch ein bisschen dicke Auspuffrohr. Kosten. Das hast du auch nicht angeschrieben. Sogar einen Topf kannst du kaufen. Merkst du keine Gäste mehr. Lass ihn mal wiederhaken. Ja, das ist nicht zu knapp. Du hast eine Werkzeugkiste, schau mal daheim. Hier kannst du polieren. Die Lampen in allen Farben. So, ja. Ich habe es gut poliert. Back to mir. Ob Leid den Gott. Corn Patch Cadillac. So, ja. Jetzt kannst du noch eine Duschlauche kaufen. Oder was sind das für Elektro-Kabel? Noch mehr Lampen. So, ja. Hier kannst du polieren. Und abfintellisieren. Dieselzusätze. Da lernst du noch viel Dieselzusätze. Da rein. Früher, aber meistens du gucken für alles. Injector cleaners. So. So. Ah, schönen Sitz da. So, da rein geht's weiter. Ah, Gitarra. Sogar noch Bingo Bongo. So. Ich habe keine Zeit und kein Geld. Also gehen wir wieder. So, das ist die Zeit vom grössten Druckstopp der Welt. Das ist in der Bundesstaat, Iowa. An der Iowa AD heisst das. Ich glaube an der Ausfahrt 284. Was geht? Was geht? Ich weiss auch nicht mehr genau wie es heißt. Und hier brummt jeder Motor. Oder viele. Viele. Viele haben gar Bestandheizungen drin. Die lassen auf den Karren laufen. How are you doing? So. Da meint sie, ich sei ein Tourist. So. Oh. Oh, na. Asterhöhung.